Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 10. April. Gut, starten wir wieder mit dem Rückblick auf den Vortag. Zunächst einmal, wir sind hier im Bereich, im Long-Bereich zwischen der dunkelgrünen und der hellgrünen Markierungslinie zwischen 11.900 und 11.940 Punkten in den Handel gestartet und dann im weiteren Handelsverlauf noch einmal hochgeschwenkt hier Richtung 12.000 Punkte, konnten 12.000 Punkte aber nicht mehr überwinden, der Widerstand ist jetzt zu stark aktuell und dann sind wir wieder im weiteren Verlauf dann nach unten abgedreht und dann auch unter die Marke von 11.900 Punkten gefallen und schließlich mit einem Abschlag von 0,94% bei 11.850 Punkten aus dem Handel gegangen. Wir haben hier noch ein offenes Gap bei 11.780 Punkten ungefähr und dieses offene Gap ist nun der nächste Anlaufpunkt nach unten. Bei einer weiteren Abwärtsbewegung sollte dieses offene Gap zunächst geschlossen werden und das wäre dann auch das nächste Anlaufziel hier auf der Unterseite. Gut, die neuen Markierungslinien für den heutigen Mittwoch lauten auf 11.770 Punkte dunkelgrün, dann 11.840 Punkte hellgrün, das heißt das offene Gap befindet sich genau hier im Long-Bereich für den heutigen Tageshandel am heutigen Mittwoch. Der Short-Bereich befindet sich dann zwischen 11.920 Punkten rot und 11.950 Punkten dunkelrot. Wir haben hier aber schon eine deutliche Abwärtsdynamik, insofern ist es eher unwahrscheinlich, dass wir hier nochmal hochlaufen werden Richtung 11.950 Punkte, vielleicht 11.900 Punkte nochmal tangieren, das sind knapp 50 Punkte aktuell und dann aber wieder nach unten abdrehen. Wir haben weiterhin den Abwärtstrend, den Abwärtsmodus, der Kreis ist weiterhin rot und insofern ist auch von weiter fallenden Kursen aktuell auszugehen. Gut, dann ebenfalls wichtig der Wochenchart. Wir hatten hier den Widerstand angezeichnet mit der roten Markierungslinie bei 12.000 Punkten. Der war auch wirklich wichtig, weil bei einem Durchbruch nach oben sich direkt Raum ergeben hätte bis 12.450 Punkte, 12.500 Punkte, also dann hätte der DAX deutliches Aufwärtspotenzial gehabt. Wir sind hier aber abgedreht, wie erwartet oder wie vermutet und nähern uns nun hier dieser hellgrünen Markierungslinie um 11.820 Punkte. Das wäre dann hier die nächste Unterstützung, aber es sollte dann noch tiefer gehen. Sobald wir dann 11.820 Punkte nach unten verlassen, hätte der Index dann einen Spielraum nach unten bis 11.420, 11.500 Punkte ungefähr. Also es wäre dann auch wichtig im weiteren Verlauf, wie sich der Index hier um 11.800, 11.820 Punkte verhält. Gut, dann noch eben ein Blick auf den Monatschart. Der ist für den langfristigen Verlauf sehr wichtig. Wir haben hier, wie schon oft erwähnt, eben diesen vor allem langfristigen Trendkanal, der sich über viele Jahre hier erstreckt. Und an dieser Obergrenze dieses Trendkanals sind wir immer wieder nach unten abgedreht im DAX. So auch aktuell wieder im Bereich von 12.000 Punkten. Darauf hatte ich spekuliert. Ich hatte nicht mit einem Durchbruch nach dieser langen Aufwärtsbewegung im übergeordneten Abwärtstrend gerechnet. Und erwarte eigentlich nur, dass wir in den nächsten Monaten dann wieder nach unten abdrehen werden hier und diesen langfristigen Abwärtstrend wieder aufnehmen werden und dann Kurs nehmen auf diesen unteren Fibonacci-Fächer bei 11.000 Punkten ungefähr. Solange wir uns nun unter 12.000 Punkten aufhalten, ist im großen Bild eher wieder mit fallenden Kursen zu rechnen. Auch Korrekturen oder Anstiege nach oben sollten daran nichts ändern. Die wichtige Mark oder der wichtige Bereich ist eben der obere Trendkanalbereich im Monatschart von 12.000 Punkten ungefähr. Und hier sollte der Index dann langfristig wieder nach unten abdrehen. Dann wären wir wieder durch für heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Handel und ich melde mich dann am morgigen Donnerstag wieder mit dem ING Markets Morning Call.